Michael, spielst du jeden Tag? Nee, nicht mehr. Früher habe ich jeden Tag gespielt, aber mittlerweile nur noch dreimal die Woche. Sonntag, Montag und Donnerstag. Manchmal auch mehr, aber normalerweise nicht. Ich spiele ja schon seit 39 Jahren. Irgendwann reicht's. Seit 39 Jahren? Ja, ich spiele schon sehr, sehr lange Spiele. Bruder. Ja, ich habe mit 5 Jahren angefangen, jetzt bin ich 44. Erklär mir bitte das, wie du das geschafft hast. 95 Jahre. Nee, 39 Jahre spiele ich schon und ich bin jetzt 44 Jahre. Tja, Cottbus. Mit 5 habe ich angefangen. Ich spiele mich ja seit 39 Jahren. Ich spiele mich ja seit 39 Jahren. Tja, Cottbus spürt das Gelangen nicht so, verlangen nicht gerettet zu werden von da unten? Wo landet ihr hier? Ja, ich wollte gerade sagen. Wo geht man hin? Wo landet ihr hier denn das Fahrt da? Oh, ich nehme die goldene Mitte. Nee, ich gehe auch ins Shining Hotel. Ja, zum Glück kommt einer zu mir. Ja, Maeve wird dir nicht so viel helfen. Aber der Schlechteste natürlich. Ich höre mir da nur eine Karre und verpissen Sie da. Ja, ja. Komm schon so. Team-Mate. Nö, ich war... Das ist ein Gegner. Ja, ihr fliegt da zu viert hin. Ich kann direkt drei Kids abstauben. Drei Kids? Was willst du denn jetzt schon mit Kindern? Ja, mir, ja. Oder ist es wie in der amerikanischen Schule? Wenn man schwer bewaffnet. Tja. Ich wollte es auch mal für meine Berufsschule. Ja, das glaube ich. Weil da weiß man nie, wer ein Bombengürtel trägt und wer nicht. Ja, verstehe. Ach, ich dachte nur, keine Kinderarbeit für Kinder. Von Kinder für Kinder. Was? Ey, mit den kleinen Händen, die machen super Arbeit. Hier war ich abgelaufen. Ist auch in China legal, oder nicht? Ey, dann kannst du nicht so dreckig. Deswegen kommt da auch nur die höchste Armwürdelarbeit her. Eben. Also die Todschuhe sind super. Ich übergebe. Ich übergebe. Muss ich übergeben? Das kann schön verskaut. Wir lassen uns den Armen nochmal durch den Kopf gehen. Also letzte Woche Freitag war schon geil. Party gemacht? Ja, nee. Ich habe mir irgendjemand mischt. Morgen schon ein Bier getrunken. Ach so, die Geschichte. So ist es jetzt auch zwei Liter. Lass uns einfach doch. Oh, cool. Das bringt dir sogar ein bisschen was. Vor allem halt. Vor allem halt. Und wenn ich es nicht mehr so weit. Direkt. Ja, geil. Ich konnte gerade ausgehen. Nein, ich bin gerade immer neun. Hat sie ja nicht gehört, gerade auf den schlechthinsten Kontrauner-Spieler der Welt. Ich bin aber... Ich bin aber... Ich bin aber... Ich bin aber neun. Ich bin Gold. Wert? Okay. Also meine Rüstung ist Gold wert. Ui. Goldig. Ich bin durchs Fenster gekommen. Oh, verstehe. Oh, geile Waffe. Warum? Mit dem Hai da drauf. Ja, die gab es sonst. Oh, coole Harpune. Den hörst du wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Das Gequietsche hör ich aber. Das hör ich, ja. Leider. Warum? Oh, Schubladler, ich weiß nicht. Ich kann auch Fußball spielen. Ich kann auch meinen auf Kinder machen. Oha. Ring, ring, ring. Please help me. I'm under water. Welcome to Kaira Airlines. Oh, hier, DJ. Was auch immer du bist. Tz, 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 tz. Abfahrt. Alarm. 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 Jawohl. Das ist meine Erbse. Oh, ich muss noch eine gescheite Waffe suchen. Ich habe eine Scheißwaffe. Warte mal. Ich habe hier von heiße Leiter. Mache schon. Oh. Ja, das Wetter sieht gar nicht so gut aus. Ich habe ein Auto. Oh. Verdammt, verdammt. Raus hier. Lauf, Forrest. Lauf. Der kann nicht schneller. Jetzt. Ab geht er. Ab geht er, der Katheter vom Peter. Was für ein Katheter? Katheter vom Peter. Ab geht er. Ab geht er, Peter. Könnt ihr mich wieder rebooten, oder bin ich schon tot? So könnte ich noch wieder rebooten. Ich bin ja unterwegs zum Reboot-Kasten, aber die anderen sind mir nicht zu. Reboot-Kasten? Guck mal, da links ist auch einer. Weiß. Hier. Oder welche? Wo? Du siehst Dinge? Ja, ich sehe Dinge durch die Wand. Oh. Ich kann doofe Menschen sehen. Und ich kann Helden sehen. Einer rennt da noch drinnen, Nummer so. Das bin ich. Ja, nee, ein Gegner rennt hier noch rum. Nee, ich sehe, ich sehe. Oh, gehen wir mal gucken. Oh Gott, ich habe die Königin von Kurdistan erwischt. Die Königin von Kurdistan. Oh, ja, das ist die Kunde. Oh Gott. Das getrinken würde ich. Ich bin wohl jetzt der König von Kurdistan. Oh, okay. Ich habe einen bewaffneten Putsch gemacht. Hm. Aber es sieht schon aus, wie er rum hat. Ich gehe hier so. Absolute. Der Schritt ist nur ein bisschen komisch. Also der Gang. Ja, weil ich hatte eine Stolle mit Mettgefressen. Ich habe ein bisschen Kokain gewonnen. Kokain. Ja, hier, flüssig Kokain. Weil man spendet ja eine Dauer. Oh, ja. Deswegen habe ich mir gerade so ausgedacht. Geil. Kokain. Also ich habe gerade was ganz Falsches gesehen. Oh, dann würde ich es auch sehen. Ja. Ach so, okay. Ja. Das Schild? Ja, da habe ich gerade kurz ein Kreuz gesehen. Ach so. Mehr sage ich nicht. Okay. Ich dachte, die Spitze von einem Körperteil. Nee. Aber wirklich. Das sieht halt so aus, wenn man... Warte, ich komme hier hochgesprintet und der ist... Ja, genau. So im Vorbeigucken. Auch noch das Rot mit dem Weiß. Ja. Junge, Junge. Oh. Ich bin da mit dem Auto. Willst du zu Ende spielen? Ja. Dann komm hier. Ja. Ich halte gerne die Gitarre. Oh, oh. Das haben sie vor... Naja, ist egal. Vor vielen Jahrzehnten auch schon gesagt. Oh Gott, hier sind zwei Autos. Hier sind ein, haben wir... Ja, ich bin schon. Was? Hasenjagd. So, da war doch noch einer. Hier. Zwei. Verkehrsbeunruhigungen. Oh, der hat mich verlassen. Ey. Wo ist er? Wo ist er? Oh, Entschuldigung. Oh nein. Das war doch noch besser wie ich. Lass mich. Lass mich. Ich bin nur ausgestiegen und wollten off-finishen. Ich bin nur ausgestiegen. Oh, jetzt habe ich den Karm. Ich habe den Karm. Mach ich ja auch noch Prüschl's Karte. Ich bin nur ausgestiegen. Ich bin nur ausgestiegen. ich bin selbst am boden verlagern neustart läuft ja tue ich sieht gut aus am coming wir sind unterwegs wir treffen uns richtung zone weil ich überlebt habe nicht okay hau ab so schnell wie möglich in die zone wow wow geiler sprung hat das jemand geklickt jetzt jetzt ja ich muss irgendwie kommen weil es mir wird hier finde zum heilen heile heile gänzchen soll ich mal pusten ich habe die glocke getroffen hat aber kein geräusch gemacht ich brauche eine stelle mit nice to meet you aber ich habe die gitarre die metzger serie hier müssen wir neu starten naja kommt ja ich muss ich pass auf so lange hier ich habe wenigstens die katarre mhm bitte ich kann hier jodeln mhm jeder hat schon liegen sehr oder ähnliches oder lieblich ach schon da ist jemand ach so das ist ein scheiß bot oder was ja ey hier ist der boss den boss haben maverick und ich glaube drei oder vier mal kaputt gemacht mal irgendwann abends der ist easy ich komme jetzt auch dazu mal am kaputt aber die zone ist zu nahe die schaffen hier nicht mehr ja das wird so eng wobei eng ja eigentlich gar nicht so schlecht ist aber ja das war für uns zu schießen oh den hab ich schon äh zu dem war ich schon spießig im wahrsten Sinne des Wortes spieße oh Cottbus ist wieder down ja keine ahnung hier hat immer das down sind rum tschö ey ja ne ey bitte äh gibt das ja m m m ja m m m die doch hast du kaputt muss Ich hab die Gitarre. Hm. Also ich würde aufpassen, da sind welche, ne? Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Gerade gesehen. Ach so, Zeus, du hast mal gesagt, ich kann dir so einen legalen Hacker machen, dass ich sehe, wo geschossen wird. Ja. Wie heißt das denn, dass ich da mal gucken kann im Menü? Muss ich gleich mal gucken. Hör nirgends. Wir hören nirgends. We booted nicht. Worauf schießt du, bitte schön. Auf dem Bot. Ein bisschen Schießübung machen. Da, ich guck mal hier schnell. Wer hat die da noch rumfahrt? Gräter. Sportregion bewegen kann. Ich hab gar keine Waffe nicht. Sag mir Bescheid, wenn jemand da ist zum Schießen. Ich bin gerade im Menü. Ich hab, ich hab unendlich Mognition. Realitätserweiterung. Ja, darf ich. Ich brauch das. Das ist gut. Fliegen. Bla, bla, bla. Na ja. Was ist das? Hier, schnell laufen und drunter blicken. Drunter laufen und blicken. Ne? 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 Na ja, okay. Andermal gucken. Können wir nach da runter gucken. Ja, ja, genau. Bin mal schnell drüber geflogen, aber auf Anhieb nichts gesehen. Hast du rüber geflogen? Dann musst du aufpassen, wenn du hin trest. Tür. Ja. Wenn du rüber geflogen bist. Dann baue ich hinten den Gegner. So. Ja. Ja, ich hab ihn. Im Wasser. Hab ihn. Da hinten sind noch welche. Ich hab nur das Auto Kürzern brauchbar gemacht. Ja. Okay. Sehr geil. Dein? Der hat ja geilen Loot. Drei Metz-Kills. Oh, hab wieder. Oh, lecker. Bei mir hier hinten sind welche. Ja. Vielleicht schaffen wir es zu dir. Mal gucken. Ich hab die Gitarre festgefahren, aber... Ich hab unendlich Munition und bloß ne Sprengschopper am Brust. Oh, das klingt gut. Nee, hallo. Dann wurde er nicht geholt. Baller mal rein. Machst du einen auf Ballern. Genau. Baller mal rein. Machst du einen auf Ballern. Genau. Ballermann. Achtung. Da wurde nicht mehr, weil ich sie genommen habe. Dann siehst du es besser. Du in deinem Auto. Genau. Au, au, au. Jetzt überhitzt grad. Aber jetzt. Alter. Da wollte unser Auto zerstören. Hier. Hilfe. Hilfe. Ja. Der ist im Bunker. Könnte einer von euch beiden schnell raussteigen? Ja, ja. Bei den... Ja, ich bin ja schon da. Ich hab die Ex-Versiver am Brust. Ich kann da gleich rein. Äh, da kommt noch einer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mhm. Ich bin halt gefühlt nur auf Mobilität grad rausgelegt. Das merk ich grad. Okay. Äh, komm mal runter hier. Hier ist noch eine Spritzi. Mhm. Auch... ne, ich brauch eigentlich nicht, ne? Äh... Der kleine Schluck da. Ja. Was ist da unten? Hier wird abgespritzt. Eigentlich war nix gewesen. Äh, da rennt einer. Der Heck sollte bei Ton dann Sound und dann bei Sound-Effekt visualisieren liegen. Hey, Intrus, danke dir. Da ist einer. Da muss ich gleich mal gucken. Wo, wo, wo? Von mir? Ja. Ritter. Ich bin fast über den Haufen gefahren. Mhm. Der letzte Gegner. Jetzt bin ich noch. Ich weiß, wo er ist. Wo? Erst bei mir in der Nähe. Markier ihn. Ich weiß jetzt schon wo. Komm. Irgendwo da. Da. Da ist er. Da. 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 Da wo Cottbus gestorben ist. Da. 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 Da ist er voll in die Zone gesprungen. Dann. Ja. Ich glaube, er ist in die Zone gesprungen. Dann wird sich das gleich von alleine er übrigen. Ja. Er muss sowieso zu uns kommen, also. Ja. Da komm da. Ja. Ja. Wieder mit der Gitarre unterwegs. Ja. 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 Dann komm ins Menü. So. Ton. Ich hab ich noch zu Suppe. Da. Sound. Um. Sound effekte visualisieren. Und price should be visualisieren. Da ist es. Jawollo. Und in Guice sehr gut trinken. Ja. Cool. Habs an. Ich weiß gerne. Recht den Schob. coole tasse aber fein sehr gut bin ich mal gespannt wie das aussieht oder sich anhört oder was sich da tut ein seiten lobby okay ab in die lobby cool war endlich wieder ein epischer sieg war schon lange nicht mehr dabei das denn schrottschirm ne da bleibe ich lieber bei meinem komischen board jocke der sieht merkwürdig aus der lacht und eine komische sonnenbrille auf hat beim rummachen macht man sich weh halle ist lecker ob der meister vier stück aber mir dürfte jetzt noch einstellen 0 warum 0 das sind die epischen siegeranzeige oder dänische krone ich kenne mich im spiel überhaupt nicht aus ich mache einfach nur mit wenn es was schönes jetzt schicken foto das ist für ein drache also ninja drache ninja drache von ninjago das ist die letzte form ich kann auch den ninja stil nehmen ich weiß hier oh hier oh feuerspucker ja das passt eher zu ihm schlängelt sich da rum oh kottbusser die power rüstung geil ja warte macht gleich den kronen siegemodel kann ich zeigen bin ich gespannt jetzt zwei immer noch mehr als du ja auf jeden fall ja dann hau mal raus bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020